Hat wer gescheite Moni für mich? Oh ja Du erhältst Mehrzweckgranate Mehrzweckgranate ist immer gut Wollen wir da weiter rein? Stopp haben wir die Willst du mich gar nicht verarschen? Gerade stand dick und fett auf meinem Monitor Level Up Das ist jetzt der Fall unten Das MP juckt dich echt den Scheiß Sonst nehme ich das gleich Ja nimm du das doch Ich hab keinen Bock auf so einen MP Chargen alter Ich brauch genaue MPs Gut MP genau ist so ne Sache Ist so ne Sache bei einer Maschinenpistole Wir können auch hier lang gehen oder? Seid ihr hinter mir? Sonst will ich nicht so allein rumrennen Ne das ist die Falschrechnung Ey wir können doch überall, ich hab ja auch welche gefunden Oh hier ist ne Waffenkiste Auch eine du hast sie nur übersehen Oh ist wieder ein Raketenwerfer drin Ja auch man Ja bring mit, kein bock zurückzulaufen Kannst du dich ficken? Ich bring den Loll Ja da sind wir auch hergekommen Trotzdem ist dann Ja achso die Kiste meinst du Jürich Ich dachte schon, ja willst du einen Raketenwerfer? Ja scheiß doch ich nehme einfach mal Ich will einen Bring mit Ja wieviel für Schalen macht einer Sonst würde ich den gerne verticken Weil geht das immer gut Für 100 ne warte Der sag einfach welchen Damage der macht Ich hab zwei Der macht Ihhh Äh 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 Ah da also Äh 164 Mal 4 burning schauen Weit? Hat der Feuer schauen? Ja mal 4 Ja dann hab ich genau den gleichen Kannst du verdecken Kann ich verdecken Easy Dann weiter ne? Aber haben wir überhaupt die richtige Mission ausgewählt? Weil wir haben gerade Reparaturkirchen Ja ist scheißegal ist alles hier Also wir brauchen die Schockrostalle Können wir währenddessen ein Yeah Aus Gags Auch nicht schon wieder Kommt Das war nicht so easy Jetzt bin ich aber level Alter ich verstehe es einfach gar nicht LoL Haa Feuer LoL Der Feuertubi ist mir ein bisschen zu hart Das Problem ist mein Geschütz war Feuerschaden Und der Feuertubi Ich werfe einfach ganz nur die Granaten rein Die healern uns Oder ich verreck einfach Ja das ist auch eine Reihe Ja dann los mit dem Ah Da ist doch Eine Reihe Äh Jungs Wir müssen mir helfen Dann mach mal Oh bei mir sind alle Okay oder so LoL Ich geh jetzt fast hin Was? Ja Ich hab neue Stärke Jetzt muss ich einfach LoL Nein da Auf beiden Richtungen alter LoL Ich hab dem einfach so heftig Rücken drücken Okay das geht Achtung Granaten Alter mein ganzer Bildschirm leuchtet wegen der scheinen Granaten Ich sollte aufhören So viel auf einmal zu werfen Wie viel wirst du denn denn mach? Zwei mindestens Plus Minus Alter mach den echt Zack Jetzt einfach nur weil ichs kann Juhu Muss dann auf den laufen Dann machst du auch dein Mensch ne? Ja 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 Muss neben den Komm Das ist natürlich scheiße Du schießt kurz in die Maschine Das ist doch mal ein Schaden Oh ja Der macht LoL Komm Boom Boom Alter Oh da ist noch Warte Das ist für Bärsäcker So was war glaub ich schon Ja egal Du kannst das glaub ich aufleveln wenn du die aktivierst Aktiviert So fehlen noch sieben Dieser Gegenstand kann nicht verwendet werden Warum? Äh ich wollte wieder mein altes Sturmgewehr nehmen Also kann ich hier verticken geil Weil ich den schon habe So Äh ja ich bin Du hast ja viele Leben Ja warte äh kommt mal hier hin Ich muss auch eh Muni regenerieren Weil ich hab eindeutig zu wenig Muni zu haben Ja Der Regen und Arjen geht irgendwie zu Hm? Der Regen und Arjen geht irgendwie zu Ja das ist eh spannend hier so näh Na Näh Kränzchen zu halten Und wenn man einfach auf Muni zu haben Und Leben wartet Spannend Das ist der Spannzahn im Ganzen. Ja, ist so. End of Liga-Time vergegnen. Komm! Ja, Mann! Fertig! Aber jetzt brauchen wir noch ein paar Schritte. Wir müssen so oder so in der... LOL! Woll ich mich nicht. Uäh! Knallt! Knallt! Ich hab'n Schläger. Ich hab'n Schläger. Ist nicht gerade viel besser. Wo ist er? Da. Äh, da. Und ich bin durchs Feuer gesprungen. Ich hab'n 51 Leben und kein Schild. Feuer hab' ich verursacht. Mein Schläger ist wie voll komisch. Na? Äh, was ist das da? Machine Gun. Geil. Hey. Ich hab' Medikirte. Alles klar. Ich hab's eingesammelt. Alles klar. Das Ding ballert ein bisschen. Ich nehm's mal. Und wäre ich mir einfach mal. Uh, Medikirte. Läuft von der Seite. Du was hat mich gefickt. Was war das denn? Weiß nicht, du weißt. Ich bin auf jeden Fall hard down. Möge. Egal ich hab'n... Läuft von bisschen... Ich hab's versparten, Leute. Was wird im Spiel verwarten hier? Ich hab ne Schild. Ich hab'n Schläger zu nehmen. Öhm... Demig nehme ich. Oh, tue. Läuft. Irgendwas hat Schock gemacht. Irgendwas kommt da die ganze Zeit. Ist denn? Kommt mal sonst irgendwas. Öhm, Medikirte. was passiert wenn ihr auf diese Fässer da schießen so Chris, besiegt so, geh mal rein hallo, ah, dein Schuss schießt uh, das war, alter alter, alter was, so, hallo Alter, was war denn da los, mein Ohr ist perfekt Alter Alter warte, hier liegt irgendwas rum eine shotgun nein, machine gun mit Feuer mal zwei wow, mein Inventar ist voll 1A ist dann allerdings schwarz, was ist das da? oh lol, die ist ja voll geil auch einer 42 damage, sonst würde ich ihn nehmen äh, ne, meinst du es besser bei Sturmgewehr, Sturmgewehr nehme ich immer äh, wird das Beste, ne, bin ich mal frech äh, weiter, ne? oh ne, wir können das Reparaturkit abliefern ist hier noch irgendwas spannendes, wenn wir weiter gehen, oder? äh, wir können da auch nur runter springen, eigentlich deshalb bitte Bekleidprap, mein ich ja äh, links, rechts, ja, genau oh, war doch ne erfolgreiche Hüllen du, würd ich sagen wir sind ein paar mal verreckt, aber ah, geht nein, keiner ist nicht oh, Speichardeck wir haben ein Speichardeck bekommen ich hoffe, wir können jetzt mehr Sachen lol 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 hat der irgendwie nen Anfall, oder so? ja, wir können mehr Schilder aufziehen der hat nen Anfall der hat seine Pillen nicht genommen der ist eigentlich rein, ich weiß es nicht ey, wo rennt der hin? lol ah, ne, wir haben ja Platz im, im Venturi erhält eine Waffe, Dahl, 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 Dahl ne, warte, wir machen jetzt da müssen wir zurück soll ich den Skag anschießen? hm wir müssen zum schwarzen Brett alter reich nicht reich nicht oh ähm, grös da ist er ganz schön was angeleiert reich nicht ich weiß gar nicht, mein Geschütz ist nicht so wie Popole weil das hat keine 4, äh, 380 Grad, ne? das kann ich jetzt nur nach vorne scheiße die Säure hier sind das Miesteste einfach ne? ey, wenn nein, das sind nein, nein äh, jetzt kommen wieder die Typen von oben, ne? mit denen wir eben schon so viel Zeit hatten äh, wollen wir uns da nicht verpissen? äh, das war ja die Überlegung oh, ich will versuchen oder wollen wir sie nochmal, oder wollen wir sie nochmal töten? das ist leer los wo ist der hin? los so, komm, wir gehen wieder abgefahren was ist? wo abgefahren? ja, wir müssen so oder so da lang sag ich doch ja, keine Ahnung wo lang wir rennen jetzt dezent hier einfach drauf drauf guck mal, die hätten wir eben auch einsammeln können oder sind die was, wir rennen da hoch? na ach, fick dich doch lieber hallo da war welche nein, hier kommt doch keiner ne, 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 hier kommt keiner ne? wo sind die da welche? seh ich gar keine wenn du den Skill aktivierst, dann macht der die Aktivierungsbewegung auch wenn du noch nicht abgefahren auch wenn du noch nicht abfährst schickst oh, wenn du dann abfährst hast du das? dieser Sprucher gibt noch grad wir beide auf den Sand lol, ich hab grad kritisch gemessert ist das? klar, wenn du auf die Fresse messerst mach gar keinen damage, oder? mein Geschütz ist da ich denke, die am besten nicht am Geschütz vorbei, sondern sage ich genau davor mal so mit ach, das ist perfekt so ist das easy Problem ist, mein Geschütz ist jetzt leck kein Ding fack mal auch so da hat jetzt wieder irgendein Saurator für hat der irgendwas? sirene sirene, das ist joe den ist was mit mir? sirene, bist du das ist die klasse joe jetzt kriegen wir wieder nach obenkrebs am besten mit Feuertiger ALTER meine Granaten plus Leos Exoskill mit der Säure das hier war eine Sirene, ne? joo, nimm die uhr jetzt mal und hier ist ein Sniper die mit 172 Schaden 172 muss ich jetzt hier Leute, da war was alter, mein Monitor geht einfach dauerhaft aus oh, scheiße, falsche Tassen ja, wo das hier, da und da so, jetzt muss ich wissen, wie man etwas rauswirft hier, komm her joo, hier ich hab ein Brandartefall dreieck, joo, das müsste bei dir hier aktiviert man das wie aktiviert man das? äh, x äh, müsste bei dir nein, bei dir ist das A äh, einsammeln mit viereck äh, also mit x einsammeln und mit A aktivieren im Inventor du musst erstmal auf deinen Rucksack gehen du musst das erstmal einsammeln Schatzi das liegt vor dir ja aber ich hab eigentlich gerade so, wie wirft man was raus? 3 äh, 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 y ist das bei dir ich kann den trotzdem nicht aufnehmen warum? du hast einen Elementar-Effekt hä, was steht denn da? ich kann den aufnehmen ne, ich bin auch voll ich, ich könnte den aufnehmen ja, das ist, äh, sehr schwierig, weil ich schon einen hab hast du schon einen? ach so, hast du schon Feuerding? ja und Säure auch? Säure noch nicht, wo? hier hier hey, kann man mehrere nehmen? nein, kann man nicht nein, kann man nicht ich kann den auch nicht aufnehmen ich kann den auch nicht aufnehmen warum? steht da volle oder so? ja ja, dann soll der Tatau, du Affe aber du hast schon zwei ich hab grad schon was rausgeworfen oh, ich hab unsere Freunde gefunden jetzt musst du da auf deinen Rucksack und dann auf Elementar-Artefakt und da musst du die erstmal aktivieren ja dann gehst du auf dein Zielkreuz da auf dein Skill ja, seh ich schon da links und dann musst du da einfach so haben wir es ist das eigentlich als Wand-Artefakt? ja, ne? Rande ist praktischer wenn wir draußen sind weil, äh zur Wahrzeit hier war Alter ficken wie machen die keinen Damage gefühlt? dann machen die genug Damage wenn die genug Damage wenn die genug ja 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 wenn die den Nahkampf angst machen dann kriegst du aufs Maul geht ne? doch, ich krieg dann mega krass aufs Maul ja die erinnern hart ans Garner kannst du mir sagen was du willst gehst du, ne? nur wieder ne, das sind die Kinder wenn Garner und Baron ficken, Alter hier, Medi-Kid ich so, ne? boah oh, Medi- Medi-Kid ja, hier Snipermonie find ich auch gut jo, ja, halt, leichte ich glaub, leichte boah, ich drück mal die falsche Tasse ich hab einfach nur 3 Schuss mit dieser Sniper ja ist doch doof, ne? aber hier sind noch mehr Würmchen oder Scanner mit Krabby Scanner mit Krabby könnte auch stimmen stimmt wenn Scanner mit Krabby was ansteckt also von vorne sieht's zumindest aus ne, Rektai, Alter Scanner und Rektai? ja ja, diese Fühler die kommen von Krabby die nachher haben 3er gemacht ich muss mir nicht spoilern, aber ich weiß nicht die Folge nennen aber hey, wie nennst du die? ja, wie? ja, wie? ja, wie? genau äh, wo geht's raus? äh, wo geht's raus? äh, wo geht's raus? oh, ich team, was ist das nicht fällt der Nase nach alles klar, hier brennt's gut, meine Nase ist da achso, rennen wir nach da ach, ich hab's gefunden oh, ich bin im Kaktus gelandet warte, ich muss erstmal Sachen verkaufen, Alter äh, verkaufen ok, komm, wir verkaufen erstmal ich hab genug ich hab, oh, ich hab 31.000 sag mir, wenn ihr fähig seid, dann mach ich die Reise dun, 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 dun dun, dun, dun Rudolf, the Red, Nuss, Reindeer mal lass es ja, ey, dann lass die noch abgeben und dann machen wir auch Ende für heute, oder? das nehm ich mal als Ja das nehm ich mal als Ja ja, du kriegst ein bisschen Leben weee, Leben ey, Muni ey, Muni nee, ist so ein, eher Muni oh, nice, ich krieg meine Pistolen Muni sogar fast ganz aufgefüllt also, alle fertig? die Sniper Muni hab ich ganz aufgefüllt bek- gleich crasht Borderlands wieder, Alter ja nur bei mir gecrasht, deswegen auch immer ne, ne letzten Aufnahme ist ja auch einfach so weil, weil, da ist ja auch zum Schluss einfach ungünstig kaputt gegangen wo sind wir denn? aber wir sind am Arsch der Heide, alles klar die Sniper Muni die Sniper Muni ein bisschen enttäuscht ich mach das Fahrzeug klar jo jo steig klein f*** dich Leo F*** dich Leo gut ok ich f*** fahren, lass mich jo jo heute wieder alleine fahren ich bin dran nein, Leo doch ich bin dran ich weiß das denn 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 Matsche Matsche wo müsst ihr das überhaupt abgeben? links ding links, natürlich dann wir abgeben denn das muss der nochmal ah, da wo wo ist da? Egal, nee, das kommt ans schwarze Brett und lass... ans schwarze Brett... wo ist das schwarze Brett? Ja, sorry, auf der Karte wird mir was anderes angezeigt. Ja, weil ich auf was anderes angegeben hab. Dann beweg dich mal. Ja, ich geh da schon. Wer durchkommen würde. Tuff, tuff, tuff. Alter, mit dem Speed ist es ein bisschen schwierig, um die Kuppen zu kommen. Ja, und die Kur war... Oh, ich bin next, glaube ich, ist auch zu lang. Und Jojo hat wieder keine Lust. Ja, los. So, wo ist jetzt der letzte? Ja, und wir haben ein paar wenige... Ich muss... Oh, falsche Tasche. Hä? Hab mich der Einzige grad nicht versteht, wo der Dude ist. Warst du das? So, wir haben jetzt auch Schock, ne? Jungs. Wir haben jetzt was? Wir haben jetzt auch Schockschaden. Ja, out the fuck. Ja, out the fuck. Out the fuck. Out the fuck, ey. Ey, ich such grad den Boot hier, aber... Und den krieg ich den nicht. Hallo, Leo. Mach ich dein Auto kaputt? Äh. Nein, du hast es drauf. Nein, du hast es drauf. Guck mal hier. Ich guck hier so ein bisschen rum, ich sehe nur hinten. Doch, da ist richtig. Ja, wir müssen woanders hin, aber das ist nicht so weit. Jo, ich würd gern mit dir tauchen. Nicht so weit. Ich such das krass die ganze Zeit. Was? Hier hoch. Abkürzen. Jetzt nach links. Oh shit. Oh. Perfekte Torschlüssel. Perfekte Torschlüssel. Ey, komm. Alter Vater. Ja, meine Maus hat sich grad verpackt. Ich steh grad davor. Bist du rein? Nein. Oder wollen wir das jetzt noch machen? Das ist abliefern. Äh, ja, aber da öffnet sich irgendwas. Ja klar. Ja. Was bringst du denn jetzt abliefern wenn wir es nicht machen, Alter? Okay. Grinder. Fertig. Wunderbar. Next Level. Ja, das machen wir aber jetzt nicht mehr, oder? Oh, das macht wir. Oh, ne. Wir gehen sogar auf. Egal, ich wär dabei. Ja, ich auch, aber trotzdem in einer Runde Loll. Machen wir das so, okay? Egal. Beim nächsten Mal.